Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Urknall, Weltall und das Leben. Heute geht es um den Jet Tokamak, um einen neuen Energierekord, Fusionsenergierekord, der aufgestellt wurde am Jet Tokamak. As always, the English version will be shown on the channel Video Vision and is linked below in the section. Gut, worum geht es? Es geht um einen neuen Fusionsenergie-Weltrekord. In meiner Sprachweise, da habe ich mal ein Video zugemacht, ist es jetzt kein Durchbruch, sondern ein Meilenstein, weil was Schönes erreicht worden ist, was man zwar so vorhergesehen hat, aber trotzdem ist es toll, dass man es macht, dass man es zeigen kann, dass es auch wirklich funktioniert. Es ist ein relativ neues Resultat. Das Resultat selber ist zwar vom Ende letzten Jahres, da wurde es erzielt, aber es gab eine große Pressekonferenz dazu am 8. Februar 2024, als diese Ergebnisse vorgestellt wurden. Der Grund, wie immer dafür, man hat so ein Experiment, man freut sich abends im Kontrollraum des Experiments, dass man einen neuen Rekord erzielt hat. Aber bevor man damit in die Presse geht, muss man natürlich alles überprüfen, die Daten, die man aufgenommen hat, die Auswertungen, gegenchecken mit verschiedenen Messmethoden, bis man sich sicher ist, dass das, was man verkündet, auch wissenschaftlich integer ist. Und das hat halt ein bisschen gedauert. Gut, also, es geht um Jet, es geht um DC-Plasmen, also deuterium Tritium, das für den Fusionsreaktor vorgesehene Gemisch aus Wasserstoffisotopen, der Fusionsbrennstoff, den wir normalerweise nicht einfüllen in unsere Experimente. Und der Jet hat eben diese Möglichkeit, das zu machen. Und ich erinnere dran, dass ich schon mal ein Video gemacht habe, vor anderthalb Jahren ungefähr, da ging es auch um Fusionsenergie-Rekord bei Jet. Ich zeige mal ein Bildchen, was ich da gezeigt habe. Das sieht so aus. Da waren als Funktion der Zeit die Fusionsleistung gezeigt. Es gibt, was hier DTE1 heißt, sind Experimente von 1997, in denen eine sehr hohe 16 Megawatt-Fusionsleistung erreicht wurde. Aber wie man sieht, natürlich transient, also es geht rauf und runter und das war es. In der gleichen Kampagne hat man versucht, das stationär zu machen, 1997, und kam zu ungefähr 4 Megawatt. Und dann sind hier verschiedene Jet-Experimente eben aus dem Jahr 2022. Und da sieht man, ging es rauf bis hier so um die 10 Megawatt oder sowas, gemittelt für 5 Sekunden, 10 bis 12, und es gibt dann die 59 Megajonen. Und das war damals ein ganz toller Erfolg, wurde gefeiert. Man kann sich das Video angucken, was das letztlich für uns auch bedeutet. Seitdem geschehen ist, dass man gesagt hat, nach diesem schönen Erfolg von Jet, das ist das letzte Betriebsjahr gewesen von Jet im letzten Jahr, wir wollen noch mal eine Kampagne machen mit DTE. Wir versuchen gar nicht, noch mal diesen Rekord zu brechen, sondern wir wollen die Dinge, die wir gelernt haben, noch mal untersuchen. Wir wollen neue Experimente machen und wir wollen auch zeigen, dass wir es wiederholen können und nicht nur da so eine Entladung machen. Das war das Tollste und das kann man nie wiederholen. Und so sind die Experimente gelaufen und was tatsächlich passiert ist, ist, als man versucht hat, das Experiment, was ich gezeigt habe, von Ende 2022 zu wiederholen, sind die Heizsysteme stabiler gelaufen und es wurde mehr Heizleistung über diese 5 Sekunden eingekoppelt. Und damit kommt man zu, was hier heißt, a new fusion energy record. Das sind die Folien von der Pressekonferenz, die habe ich mir geben lassen von Eurofusion. Und da ist eben am 3. Oktober 2023 wurde 69, anstelle von 59 Megajoule, also noch mal 10 Megajoule mehr erzeugt. Es gibt auch ein Video von der Jetentladung. Jetzt ist die DT-Phase, wo geheizt wird dabei. Man sieht eigentlich wie immer nur das Leuchten da drin und dass das Plasma halt eine hohe Dynamik aufweist und es in dieser Zeit diese 69 Megajoule erzeugt. Ich habe auch ein Bildchen, was die Zeitspuren von vorher zeigt. Also das ist das von 1997, diese hier. Das ist das von 2022, was die 59 Megajoule war. Und jetzt die rote Linie, das sind die 69 Megajoule. Und da sieht man jetzt halt, dass die Fusionsleistung genauso lang angestanden ist, aber jetzt auf ungefähr 13 Megawatt hochgegangen ist zwischen 12 und 13 in der Stelle zwischen 10 und 11 und da kommen jetzt die 69 Megajoule her. Und wie schon gesagt, es liegt vor allem daran, dass die Maschinen in die Heizsysteme noch zuverlässiger gelaufen sind und noch mehr Energie reinbringen konnten. So, jetzt wie üblich die Frage, was bedeutet das? Also schöner Rekord. Ja, die Zeitungen schreiben Weltrekord in Fusionsenergie noch mal verbessert, erhöht. Und die Frage ist, was das bedeutet. Ich fange vielleicht mal an mit dem, was die Kritiker sagen würden. Die würden sagen, ja, 69 statt 59, schöner Erfolg. Aber ihr habt ja immer noch mehr geheizt, als ihr an Fusionsleistung oder Energie rausgekriegt habt. Stimmt, war auch nicht das Ziel. Also wir liegen bei ungefähr ein Drittel. Wir heizen über 30 Megawatt und wir kriegen 13 Megawatt raus. Also die Energieverstärkung ist signifikant, aber kleiner als 1 dabei. Kritiker würden auch sagen, die Gesamtenergiebilanz ist immer noch viel, viel kleiner. Also es ist bestimmt ein Faktor 100 zwischen dem, was an Energie reingesteckt worden ist, aus dem Netz und dem, was man dabei rausholen könnte. Aber auch das, wie ich schon mal erklärt habe, war nicht wirklich das Ziel der Experimente. Das Ziel der Experimente war zu zeigen, wenn man Deuterium Tritium einfüllt und das Plasma so heiß macht und die Dichte so hoch, wie es da passiert ist, dann kriegt man diese Fusionsenergie raus dabei. Und für mich das Tollste ist eigentlich, ich habe das schon gesagt, es war fast ein Nebenprodukt. Also das Ziel der Experimente war nicht, nochmal den Rekord zu brechen. Das Ziel der Experimente war zu zeigen, wir können das reproduzierbar mit unseren Systemen machen. Wenn wir das Gleiche einstellen, kommt auch das Gleiche wieder raus. Und weil ein bisschen Mehrheitsleistung gekommen ist, kam auch mehr Fusionsenergie raus dabei. Also Toll ist erstmal dabei, wir können das reproduzierbar, wir können das wiederholen, wir können das bestätigen, was wir gemacht haben. Wir bleiben auf den Kurven, die wir simulieren. Ich habe das auch schon mal gesagt, wir simulieren alles, vorher modellieren, sagen, wenn wir so viel Heizleistung reintun, was würden wir dabei rauskriegen? Und das ist alles wunderbar bestätigt worden. Also das ist die eine tolle Geschichte da dran und das ist dieser Weltrekord. Und der wird jetzt für lange Bestand haben, weil Jet, wie ich schon gesagt habe, Ende letzten Jahres abgeschaltet worden ist. Sage ich nachher noch ein paar Worte dazu. Und es gibt zurzeit keine Maschine, in die man Deuterium und Tritium einfüllen kann und auch keine Maschine von der Größe, die schon diese Performance bringt. Auch dazu will ich nachher noch ein bisschen was sagen. Ich habe aber auch gesagt, dass das nur ein kleiner Teil war der Experimentierkampagne. Also DTE 3 heißt es, Deuterium-Tritium-Experiment 3-Experimentierkampagne, wo jetzt nochmal Deuterium-Tritium-Plasmen untersucht wurden. Es wurden eine Vielzahl von Experimenten durchgeführt mit tollen Ergebnissen und ich will nur zwei davon nennen, weil die sich auf was beziehen, was wir in diesem Kanal hier schon mal gezeigt haben. Es erinnern sich vielleicht einige daran, dass wir mal ein Video gehabt haben zur Leistungsabfuhr aus Fusionsplasmen. Der Link dazu ist hier unten mit drin, könnt ihr nachschauen. Da ging es darum, dass wir an unserem Astex-Upgrade-Talker-Mark, der ja nicht so groß ist wie Jet, eine Methode gefunden haben, wie wir Randinstabilitäten so zähmen oder sozusagen schnell machen können und klein, dass die Leistungsabfuhr mehr oder weniger kontinuierlich ist und nicht in so Pulsen, Paketen kommt, die zu einer stoßweise Belastung der Wandstrukturen machen würden. Und das ist immer toll, wenn wir so ein Astex-Upgrade machen und wir müssen dann aber zeigen, was wir an Astex-Upgrade können. Das geht auch an ITER und im Fusionsreaktor. Dafür haben wir Theorien, die wir entwickeln, die dann vorhersagen, anhand von Gleichungen, wie man das extrapoliert. Und ein toller Test ist natürlich, wir haben Jet, dieses große Experiment. Und wenn wir sagen, wir machen so ein Astex-Upgrade und wir denken, es geht auch an ITER, dann will man erst mal sehen, dass es an einem Faktor 2 größeren Experiment, Jet hat ja drei Meter großen Radius, Astex-Upgrade 1,65 Meter, dass es an Jet auch funktioniert. Und genau diese Experimente sind an Jet durchgeführt worden. Und nach unseren Vorhersagen von den Theorien, die wir dafür entwickelt haben, hat es tatsächlich funktioniert. Also wir haben jetzt den Beweis auf dieser Stufenleiter der Fusionsexperimente von Astex-Upgrade zu Jet, zu ITER und zum Fusionsreaktor. Das, was wir an Astex-Upgrade machen, sich mit unseren Theorien tatsächlich extrapolieren lässt und auch zum Jet übertragen lässt. Das in der größeren Maschine, bei relevanterer Fusionsperformance und, was gar nicht so wichtig für diese Experimente ist, aber auch toll, auch in Deuterium Tritiumplasmen. Wir können ja kein Tritium einfüllen in Astex-Upgrade wegen Randbedingungen, Auflagen, die wir haben. Und dass das auch in DT geht, ist auch toll, weil manchmal lernt man auch, dass wenn man die Spezies ändert, also Deuterium statt Wasserstoff oder Tritium statt Deuterium nimmt, dass sich nochmal was ändert, was man vielleicht gar nicht auf der Rechnung gehabt hat. In der Tat sagen die Theorien, dass es keinen Unterschied geben sollte zwischen Deuterium und Tritium. Das haben wir damit gezeigt, weil es gab keinen Unterschied zu dem, was wir gemacht haben. In einem ähnlichen Video aus dem letzten Jahr, das hieß, kleinere Fusionsreaktoren durch Compact Radiative Diverter, habe ich gezeigt, dass wir an Astex-Upgraden-Methode entwickelt haben, so einen Strahlungs-Blob, eine stark strahlende Zone in der Peripherie des Plasmas herzustellen, stabil, sogenannten X-Punkt-Strahler, X-Point Radiator, und dass der dazu führt, dass man den Diverter eigentlich kleiner bauen können wird in Zukunft. Auch diese Experimente standen auf dem Prüfstand der Stufenleiter, der Extrapolation über JET zu ITER. Auch diese Experimente sind am JET in der letzten Kammerle durchgeführt worden, in Deuterium und Tritium gemischen. Und auch da hat sich gezeigt, dass was wir am Astex-Upgrade entwickelt haben und dann eine Theorie dafür aufgestellt haben, dass sich das zu JET fortsetzen, extrapolieren lässt, womit wir einen Schritt auf der Stufenleiter gegangen sind, eigentlich zuversichtlich sind, dass man dieses auch an ITER und dann später im Fusionsreaktor machen kann. Das ist so ein bisschen ein Einblick da drin, dass die Fusionsexperimente am JET mit Deuterium-Tritium jetzt im letzten Jahr nicht nur darum gingen, einen Rekord zu schlagen und eine Zahl von 59 auf 69 hochzusetzen, sondern wirklich nochmal neue Dinge zu beweisen, zu zeigen, nachzuweisen, unser Verständnis von Fusionsplasmen in der größeren Maschine, im Deuterium-Tritium-Betrieb auch auf den Prüfstand zu stellen und zu zeigen, dass das ein gutes Verständnis ist. Gut, ich habe gesagt, JET hat diese Rolle der Größenskalierung von uns gehabt und des DT, Deuterium-Tritium-Betriebs. JET ist abgeschaltet worden Ende 2023, auch das stand in der Presse überall und das war von langer Hand geplant. Das ist das Ende nach 40 Jahren JET-Betrieb, sehr erfolgreichen Betrieb da drin. JET ist 40 Jahre alt, groß, sozusagen in die Jahre gekommen und es war immer klar, nach der Deuterium-Tritium-Kampagne würde man die Maschine abschalten. Damit haben wir erstmal die Möglichkeit verloren, unsere Theorien und Astex-Upgrade und ähnliche Experimente an mittelgroßen Maschinen auf den Prüfstand zu stellen. Allerdings nicht für lange, denn, und das ging auch durch die Presse, es gibt ein großes Experiment von der Größe von JET, JT-60SA, was in Japan steht und was von Japan und Europa zusammen auf- bzw. umgebaut wurde. Das ist jetzt eine Maschine, die hat die Größenordnung von JET, also Größenvergleich kann man genauso machen, die ist aber supraleitend. Das heißt zum Beispiel diese Beschränkung auf die fünf Sekunden, die man in diesen Zeitskalen, Zeitspuren gesehen hat, die wird es am JT-60SA nicht mehr geben. Und die Maschine ist gerade in Betrieb genommen worden in Japan, denke auch Ende letzten Jahres. Da gab es auch eine Pressemitteilung dazu, die braucht noch ein bisschen, bis die bei der Performance ist, die JET gehabt hat, aber unsere Größen-Skalierung, die werden wir alle an dieser Maschine in Zukunft durchführen können und das werden wir dann zeitlich viel länger, so wie am Wendelstein 7X gab es auch mal ein Video, supraleitende Magnete heißt, ich bin nicht beschränkt durch das Aufheizen der Spulen, der Kupferspulen, wie bei Astex Upgrade. Ich kann die Experimente beliebig lange, in Anführungszeichen, durchführen und wir denken an ein Hunderte von Sekunden in JT-60SA. Bleibt noch Deuterium-Tritium-Betrieb. Diese Möglichkeit haben wir tatsächlich erst mal verloren mit der Schließung von JET, weil JT-60SA nicht Deuterium-Tritium einfüllen kann. Das hat keine Lizenz dafür, aber weltweit werden ja gerade Experimente gebaut, Spark in Amerika und dann Best in China, die Deuterium-Tritium-Betrieb machen sollen. Das heißt, in einigen Jahren werden wir auch da wieder die Möglichkeit haben, vor ITER, noch vor dem Betrieb von ITER, Deuterium-Tritium einzufüllen und dann auch parallel zu ITER und damit zu experimentieren. Insofern haben wir einen sehr schönen Erfolg gehabt an JET und wir haben auch eine Perspektive, wie es nach der Schließung von JET jetzt weitergehen wird. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen Einblick gegeben in das, was man in der Pressemitteilung immer nur ganz kurz liest und die Hintergründe davon nicht sieht. Wenn es euch gefallen hat oder auch, wenn was unklar war, schreibt es unten rein. Wir schauen immer in die Kommentare und versuchen dann, vielleicht gibt es ja mal wieder ein Update-Video zu dem, was ihr da gefragt habt.